so hallo und herzlich willkommen zur zehnten Folge Need for Speed Most Wanted 2 ja wir fahren hier in unserem SL 65 unserem Mercedes den haben wir beim Most Wanted Train gewonnen ja ich fahre es keine Ahnung wohin wieder mal eine Zeit her dass ich aufgenommen habe das war knapp ja weiter geht und Speed Bitches ja ich hoffe es stimmt mit dem Sound alles ich habe mit dem Aufnahmen hier wirklich viel herumgetüftelt und befehlte auf das und zu wagen weil es ist was auch geil ist ich werde immer nicht durch ihn fahre und das sind wir gecrasht das ist gerade relativ egal denn und wie ich vielleicht jetzt schon aufgefallen ist wir sind eigentlich in der neunten Folge nicht nur zehnten Folge die neunte Folge ist verloren gegangen und sie war sowieso scheiße also wir haben zwar der Most Wanted besiegt damit scheiß qualitäten nein ich werde dass ich falsch gemacht habe aber jetzt jetzt leute es wird alles funktionieren Crashdown versuchen wir das versuchen wir uns mal an dem Rennen wo wir fahren so wir fahren Bandart zu Crashdown ich war gerade AFK na AFK kann ich nicht sagen ich habe gerade aufs Handy geguckt und dann denn ich wollte gerade ich habe gerade den Timer geguckt und ja das wird relativ scheiße aber es geht voran also der Wagen ist gut der Wagen ist echt gut das richtig schnell so ein Teil des Gästeil das ist das Geld ich glaube wir haben hier geht es da müssen wir ich drücke schon ich drifte schon ganze zeit da machen wir mal ein paar donuts das das rennen endlich begehen kann doch nicht mal ein ganzer obwohl es sich nicht mal ein ganzes tor ausgegangen ist so wie wir kommen nicht so das gewinnen als übliche halt irgendwie das von 1k das intro Wasser Wasser weiser Pogatio Wasser Pogatio der Farnbukat mit welchen wir unfair cheater like auch nicht doch keiner mehr egal und wir überholen hier den anderen mercedes den der mir vom aussehen sehr gut gefällt es blendet hier so tschüss hier ist der audi warum leckt das gerade ganz kurz geleckt okay ich glaube ich ganz kurze legs ich muss schnell bei der grafik da hatte ich blick was schalten wir aus unschärfer haben wir die mal auf und unseren der nächste das jetzt bitte wie dumm war das jetzt bitte ich hab grad nicht mal alter oder verzweifelt die holmes noch das ist kein Problem bei uns so ich liebe diesen hier ein bisschen cheater ich wollte nicht rum 4,2 Kilometer 6 Leute besser gesagt wir sind ja schon jetzt kann ich es vergessen ich muss das ganze erstatten denn das war ein extremer Film macht euch Spaß zu fahren und ja habe ich schon gesehen ihr auch schon hier ich wünsche ich wünsche ich wünsche mir ich wünsche mir Ja, ich meine, ich kann es nicht verbergen, ich bin ein leidenschaftlicher Mercedes-Fan, egal ob in Formel 1 oder DTM oder sonst überall, ich bin einfach Mercedes-Fan, oder auf der Straße, ich bin einfach nur Mercedes-Fan, wow, warum, alter, ich habe nicht alle Einfahrten falsch. So, wenn wir das noch schaffen, wo Wunder, das wäre geil, das wäre jetzt ein Wunder, aber ich glaube an Wunder, nicht, egal, wir wollen uns in jedem Fall mal, so, und mit Windschatten, miau, fahren in deinem Windschatten, tschüss. So, die holen uns noch, alter, das schaffen wir, ich dachte, das kann sich nie wieder ausgehen, nach so einem großen Fehler, und, tschüss, meine Liebergenotte, alter, sowas habe ich auch seit noch nie gesagt, meine Liebergenotte, what the fuck, wie red ich, so, ähm, ja, like mit dir, Slam Techdown, sehr schön, und weiter geht's. Nein, I'm a silly boy, I'm a really, ich meine, ich dachte, okay, ich fahre auf der Straße weiter, und dann, nein, doch nicht, ich fahre die Abkürzung, ähm, entscheide dich. So, aber das wird doch noch eng. Dann haben wir hier mal. Ich mag die Straße so dermaßen, weil es einfach so geil auf der Straße ist. Kommt, ich muss die vorigen zwei noch holen, nein, 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 so hole ich sie mir auf jeden Fall nicht. Also, ich habe nur mal ein Kilometer zur Verfügung. Das wird knapp. Das wird knapp. Alter, komm, lass mich vorbei. Sehr nett. Jetzt darf ich nur keinen Fehler machen in dieser Kurve. Hier, nicht ans Auto uncrashen. So, und ob man es glaubt oder nicht, ich glaub, das gewinnen wir. Der, ja, perfekte Auffoljagd. So, gewonnen. Also, der Mercedes ist ein echt gutes Auto in einem Game. So, wir brauchen ungefähr 100.000 SP, bis wir uns den nächsten Most Wanted holen können. Oh, wir können schon gegen den Lexus LV spielen. Ha, wir können schon gegen den nächsten Most Wanted spielen. Hm, auch geil. Ich würde sagen, das machen wir dann gleich. So, gegen den Lexus LV. Ja, ihr seht mal, es muss noch ein paar Prozent drin verfügbar. Ich glaub, ich hab da was gesehen, was mich interessieren könnte. Na, nein, nicht wirklich. Ich dachte, da steht Blampogene. Ja, keine Verwechslung kann passieren. So, wir machen in diese Folge noch den Most Wanted kommt. Weil die letzte Folge verloren gegangen ist, machen wir in diese Folge noch ein Most Wanted. Es geht ja relativ zügig voran hier. So, die Polizei hat uns nicht bemerkt, sehr gut. Und wir haben ja nichts Rohr. Das ist gleich der Verabrednis. drive-thrunden. Ich bin jetzt zu. Ich bin jetzt zu. Du, du, du. Oh, scheiße. Ich muss runter. Ja, Alter, ist das geil. Das ist einfach so geil hier. Weg mit der, du bist so nötig. ja er ist unnötig er brichtige doch jetzt springen aber ein hart durch auch beim drüber gesprungen wir haben es gleich hart verfehlt hier war das haben wir gut alter und das haben wir gerade gewonnen ich finde auch in dem spiel geil dass die Geschwindigkeiten sehr realistisch sind naja muss man für die 1 aber es klappt ja nicht ich bin damals mit dem mercedes 10k 500 500 kmh gefahren na klar ich hatte nicht mal noch alles aufgestellt wir haben noch wo haben wir noch was gefehlt irgendwo habe ich noch ein Teil gefehlt und das 500 gefahren ist mein alter das ist das war so unrealistisch gut dass diese spieler schon weitiges realistisch ist weg mit der du bist unnötig ich habe es wieder die Ehre ich dachte schon ich muss jetzt wieder den Gebirgspass fahren stattdessen habe ich auch einen schönen breiten heil ich habe ich habe halt gebraucht Menschen können sie die Hände sind auch gut auch beste Bremsen das ist die ich mich auch gern die Handbremse aber das ist ja auch nein das war auch knapp das dort müssen wir noch unterbringen in der folge jahre das können wir mal auf geschwindigkeit geht oder ist ja ich wollte gerade die Schwierigkeit machen und jetzt ist das Wort schon da den vorne wie hier mal Beinhard heraus so Most Wanted Nummer 7 Lexus LV ich hoffe man merkt nicht dass ich stark verschlumpft bin das war scheiße naja okay das ist die Animationen und die Ehe echt die Ehe gemacht echt geil da kann ich gegen ihr nicht sagen Ohrmann ich rede neben nicht aber das ist immer das ist immer gleich los geht das ist nicht so gut ich finde den Startwoche mehr auf Slantikdorf so schnell kann es gehen Nein, nein, nein. Ja, gerade noch rausgewischt. So. Oh, ich bin aufgrund der Welt, aber... Nein! Ich habe schon den Kabel gestört. So, das Kabel schirmt es nicht mehr. Das Kabel wurde beseitigt. Ja, sehr gut. Wir haben einen Vorsprung. Aber er holt auf, 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 er holt auf. Nein! Nein! Bein hart, dürfte ich... Davon ist die Tankstelle. Davon ist die Tankstelle! Ja, danke, das war jetzt gut, denn jetzt komme ich wieder auf die Straße mit der Tankstelle. So, wir sind wieder im Rennen. Hoffentlich, denn er ist schon ewig weit weg. Alter! Alter, der rutscht gerade... Okay, das holen wir, glaube ich, nicht mehr auf, aber... Mensch, wen stört? Ein Versuch ist es wert. Alter! Lass mich doch zu keiner sagen. Lass mich doch! Der Picard Agro! Nein, ich nicht mehr, offensichtlich. Der Picard! Jetzt wird aufgeholt! Jetzt wird aufgeholt! Fahrtensperre! Wutthuul! Ja, und der ist schon, wir haben aufgeholt. Wir haben aufgeholt! Nein! Alter! Ja klar, aber hier crashen wir natürlich nicht! Alter! Was? das alter dem Polizisten bringen mehr Leute durch das Video ist zu verhalten auch das beschädigt und so wie die Polizisten fahren sterben glaube ich Leute ich meine das ist Prozent E1 verarsch mich nicht aber das Spiel ist trotzdem geil nicht so hier ist unser Freund und den holen wir uns jetzt nein alter so jetzt habe ich keine Chance mehr als das zu Ende zu fahren nicht scheiße ja zweiter geworden sind aber zweimal in den Nagelband reingefahren und hat mir diesen Aufholjagd aber das ganze versuchen wir hier in dieser Folge leider nicht mehr wir müssen jetzt sowieso erst mal die Kopf abhängen nicht mehr so nicht mehr so nicht mehr so nicht mehr so Nice. Okay, das ist nicht der echte Verfolgung. Ich hätte einfach den Wagen tauschen müssen. War nicht dumm. Okay. Alter. Alter. Lass mich in Ruhe. Alter, ich hatte gerade so fehlhaft ausgesehen. Ich will abbiegen. Was sagst du? I don't need you. I don't need you. Nein, ich könnte wechseln. What the hell? Oh, verdammt. Ich muss eh Wagen wechseln. Ich habe auf B gedrückt. So. Wechseln in den Alpha ohne Reifenschaden. Und gleich noch einen Wechsel in den Maroscha. Wenn das gehen würde. Nee, ich kann nicht gegangen. Ich hätte gerne gewechselt. Egal. Nein. 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 Es ist nicht ausgegangen. Ich wollte den Audi. An alle Einsatzleiter teilverstärken. Nein. Mit meiner Folge beende ich jetzt die Folge. Nein. Mit meiner Verfolgung beende ich die Folge. Und Tschüss.